Liebe Claudia, setz dich lieber, denn hier kommt er, der heißeste Scheiß aus der technologischen Steinzeit. Hier ist dein kaum 15 Jahre altes, niegelnagelneues, gebrauchtes Nokia 6310. Mit diesem kabellosen Taschentelefon in Form eines alten Knochens kannst du nach Herzenslust die Zeitansage oder deine Oma anrufen. Und jetzt kommt der Hammer! Das Briefmarken-große Display ist in einer einzigen übersichtlichen Farbe gestaltet. Spiele den Spieleklassiker Snake mit einer sensationellen Grafikauflösung von 96x65 Pixeln und sieh zu, wie ein Pixel das andere jagt. Mit 174 Kilobyte hat dein neues, gebrauchtes Nokia genug Speicherplatz, um ein halbes Foto zu speichern. Wenn es mal eine Kamera hätte, hat es aber nicht. Stattdessen packen wir dir, liebe Claudia, ein Prepaid-Guthaben von satten 10 Euro obendrauf. Und jetzt viel Spaß beim Smartphone-Fasten!